Ja, wir treffen jetzt gerade die ersten Vorbereitungen. Jetzt hier gerade ein schönes Plätzchen ausgesucht. Zur Bemerkung, das ist hier ein altes Minentestgelände. Das heißt, wenn wir diese schönen Pfade verlassen, werden wir wohlmöglich einfach sterben. Jetzt gleich werden wir hier die ersten Szenen drehen an diesem Weg hier. Das werdet ihr dann im Video sehen. Und ja, das ist hier immer mit seiner wunderschönen Kamera. Wunderschönen Kamera. Wir sehen uns da hinten ein Flugzeug. Hier ist nämlich der Köln-Bonn-Aerport in der Nähe. How are you doing? George is our special guest today. He is from Spain. And they will play a cowboy. An evil cowboy. Say hello. Hello. Thomas, was macht er eigentlich hier? Was machst du eigentlich? Ich bin der Fahrer. Der Fahrer. Die verantwortungsvollste Aufgabe. Ja. Wir versuchen jetzt eine authentische Nachstellung von Western-Gürteln herzustellen. Von daher, wie gesagt, authentische Western-Nachstellung. Ist ja ziemlich professionell hier. Jetzt im Profil. Also ich finde, das sieht gut aus. Wir haben keine Steadicam oder so. Deswegen benutze ich einfach mein Stativ. Weil das auch was bringt zur Stabilisierung. Also ich kann mich anfangen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich ¡jaufe sich wirklich! Ich glaub der war ok. Guck. Ich hör nochmal durch. Äh, mein Handy. Ok. Let's go! Ja. Ja, ich bin... Ok. Selber take. Ja. Jetzt kommt die ganzen Fähigkeiten. Alter. Machst du dich? Es geht los. Guck Untertitelung des ZDF, 2020